hallo ich bin die mai von roots natural und heute geht es um diese schöne fruchtige chili piri piri von der insel kreta diese werden von einem kleinen bauer biologisch angebaut und heute zeige ich euch wie wir diese sortieren und befüllen beim sortieren und befüllen achten wir auf die qualität und nehmen jede chili piri piri genau unter die lupe nur die schönsten kommen ins glas deswegen brechen wir einzeln die stille für euch ab jetzt sind alle stille abgebrochen jetzt kommen die chili piri piri ins glas bis zum nächsten Mal nun sind alle chilis in glas gelandet jetzt werden sie noch etikettiert bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020